Ja und hier ist ein C64 mit einer Vinyl drauf, weil die Musik die jetzt kommt auch auf Vinyl erschienen ist. Club-taugliche Musik auf dem Commodore 64 Chip Club von Markus Klein alias Elven. Ich schmeiße den gleich an, erzähle auch nicht so viel, da kommt gleich das schicke Menü. Und dann kommt ihr gleich als erstes Moos Technology. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.